Musik Herzlich Willkommen zum Normand im Skorpion, der am 13.11.2023 hier ganz am Anfang der dritten Dekade Skorpion stattfindet. Liebe Leute, vorneweg möchte ich sagen, dass ich noch ein wenig erkältet bin und da die Mikros heutzutage so extrem empfindlich sind, kann es durchaus sein, dass ihr hier zwischendurch seltsame Geräusche hört, also dass ihr zum Beispiel meine Lunge fiepen hört oder etwas in der Art. Also wundert euch bitte nicht. Der Normand, der jetzt am 13.11. im Skorpion stattfindet, ruft hier sehr ähnliche Themen auf den Plan, wie die Mondfinsternis, die am 28.10.2023 auf der Achse Stier Skorpion stattgefunden hat. Die Mondfinsternis dürfte uns schon viele interessante Erkenntnisse geliefert haben, denn Sonnen- und Mondfinsternis sind halt sehr starke Katalysatoren zur Bewusstwerdung. Und diese Erkenntnisse, die wir hier in den vergangenen Wochen in Hinblick auf diese Stier Skorpionen-Themen gewonnen haben, kommen uns sehr zugute für diesen höchst dynamischen Neumond, der jetzt am 13.11. im Skorpion stattfindet. Wie die Mondfinsternis stellt uns auch der Neumond im Skorpion vor, die Frage, über welche Ressourcen wir verfügen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, welche Ressourcen wir mit anderen teilen und wie wir eventuell besser mit unseren Ressourcen umgehen können. Also wie wir bestimmte Ressourcen vielleicht viel besser nutzen können. Auch unsere Werte stehen hier weiterhin im Fokus und wir stehen hier vor der Frage, welchen Werten wir wirklich treu bleiben müssen, weil wir uns sonst verraten würden, weil wir unsere Werte sozusagen korrumpieren lassen würden und bei welchen Werten wir eventuell gewisse Abstriche machen müssen und uns kompromissbereit zeigen müssen. Die Werte und Ressourcen, um die es auf der Achse Stierskorpion geht, können sowohl materieller als auch immaterieller Natur sein. Also wir können materielle Ressourcen mit anderen teilen, wie ein Auto, ein Haus, ein Grundstück, ein Stück Land. Wir sehen ja jetzt erneut diesen Israel-Gaza-Konflikt, also ganz typisch leider in dem Zusammenhang auf dieser Achse Stierskorpion. Oder wir können eben auch immaterielle Ressourcen mit anderen teilen, wie Wissen, Ideen, Kreativität, Zeit, Fürsorge, Aufmerksamkeit, Gefühle und dergleichen. Dies ist der erste Normund im Skorpion, der sich ereignet, nachdem sich der absteigende Mondknoten im Sommer 2023 aus dem Skorpion verabschiedet hat. Der absteigende Mondknoten lief von Januar 2022 bis Juli 2023 durch den Skorpion, während sich der aufsteigende Mondknoten durch den gegenüberliegenden Stier bewegt hat. In dieser Zeit ging es für uns also darum, uns auf die Stierthemen zu konzentrieren, während wir die Skorpionthemen mit sehr viel Vorsicht behandeln sollten. Denn wann immer sich der absteigende Mondknoten durch ein bestimmtes Zeichen bewegt, können wir verstärkt mit den Schattenseiten von diesem Zeichen in Berührung kommen. Und die Schattenseiten vom Skorpion sind zum Beispiel Machtspiele, Abhängigkeiten, Co-Abhängigkeiten, Suchtverhalten, toxische Beziehung, Machtmissbrauch, Korruption, Manipulation. Also hier geht es um die Abgründe des menschlichen Daseins im Skorpion. Aber der Skorpion hat natürlich auch durchaus seine positiven Aspekte, wie jedes andere Zeichen auch. Und dieser Neumond im Skorpion, der nun wie gesagt der erste Neumond ist, nachdem sich der absteigende Mondknoten aus diesem Zeichen verabschiedet hat, gibt uns nun die Möglichkeit, hier einen frischen Start in Hinblick auf die Skorpionthemen zu machen. Die Sonne und der Mond verbinden sich hier auf 20 Grad Skorpion und die beiden großen Lichter bilden eine sehr enge Opposition zu Uranus im Stier. Mars, der Energie- und Handlungsplanet, befindet sich hier sehr nah bei der Sonne und dem Mond im Skorpion. Und so bildet auch Mars hier eine enge Opposition zu Uranus im Stier. Eine Opposition fordert uns dazu auf, eine wichtige Entscheidung zu treffen oder einen Kompromiss zu finden. Bei einer Opposition stehen sich zwei gegensätzliche Parteien, hier sozusagen gegenüber. Und wir sind hier aufgefordert, von einem Gegeneinander idealerweise zu einem Miteinander zu finden. In einigen Fällen muss man vielleicht von einer Trennung sprechen. Also in einigen Fällen können halt die Werte der beteiligten Personen einfach so unterschiedlich sein, dass man hier zu keinem Kompromiss finden kann. Aber in vielen Fällen lohnt es sich eben nach einem Kompromiss zu suchen. Und gerade dieser Neumond fordert uns eben auch dazu auf, einen Kompromiss zu finden. Und er unterstützt uns auch darin, einen Kompromiss zu finden. Venus, die Herrscherin vom Stier und von der Waage, befindet sich hier in einem ihrer Herrscherzeichen, nämlich in der Waage. Und Venus bildet hier ein anregendes Sextil zu Merkur im Schützen, dem Kommunikationsplaneten. Und dadurch, dass Venus hier eine so starke Position in der Waage hat und dadurch, dass Kompromissfähigkeit ein Steckenpferd der Waage ist, unterstützt uns diese Zeitqualität eben darin, dass wir hier durch Gespräche, durch Verhandlungen zu Kompromissen finden, ja, aber es sollte sich hier eben um einen echten Kompromiss handeln, der auch für beide Seiten befriedigend ist, der hier eben nicht einen von beiden übervorteilt oder nur eine Art Scheinharmonie herbeiführt. Bei einer Opposition geht es oft um Spannung in Beziehung, aber eben nicht immer. Manchmal kann es sich auch um Widersprüche innerhalb von uns selbst handeln, ja, also dass wir hier sozusagen zwei Herzen haben, die in unserer Brust schlagen und dass wir halt ja uneins mit uns selbst sind. Also wir könnten zum Beispiel einerseits ein starkes Bedürfnis nach Freiheit und Abenteuer haben und auf der anderen Seite könnten wir auch ein starkes Bedürfnis nach Nähe und Verbindlichkeit haben. Und im Idealfall haben wir es mit Menschen zu tun, die hier ähnlich gestrickt sind, also wo man dann diese Gegensätze auch harmonisch miteinander verbinden kann. Aber es kommt eben auch oft dazu, dass wenn wir innere Widersprüche haben, dass hier widersprüchliche Aspekte innerhalb von uns selbst um die Vorherrschaft kämpfen, dass einer dieser Teile dann zurückstecken muss und dem anderen hier der Vortritt gelassen wird. Also meinetwegen, dass wir uns dann in dem genannten Beispiel auf einen Menschen einlassen, der zwar unser Bedürfnis nach Freiheit und Experimentierfreude und Abenteuer befriedigen kann, der aber eben nicht unser Bedürfnis nach Nähe, Stabilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit befriedigen kann. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich wichtig, dass wir uns fragen, ob wir mit uns selbst weitestgehend im Reinen sind oder ob hier eventuell zwei gleichstarke Teile innerhalb von uns selbst für Widersprüche sorgen. Denn wenn wir uns nicht darüber bewusst sind, dass hier widersprüchliche Aspekte innerhalb von uns selbst um die Vorherrschaft kämpfen, dann senden wir halt sehr widersprüchliche Signale aus, die berühmten Mixed Messages und dann kann es eben zu großen Verwirrungen und Missverständnissen in unseren Beziehungen kommen. Uranus, der große Reformer, Revoluzzer und Erneuerer, läuft von 2018 bis 2026 durch den Stier, durch das Zeichen der Werte, Ressourcen und Sicherheiten. In den acht Jahren, in denen Uranus sich durch den Stier bewegt, sind unsere Wertvorstellungen hier einigen Belastungsproben ausgesetzt. Und da wir die Halbzeit von diesem achtjährigen Uranus-Transit bereits überschritten haben, dürften die meisten von uns inzwischen hier sehr markante Erfahrungen in Hinblick auf diese Stier-Skorpion-Themen gemacht haben. In den acht Jahren, in denen sich Uranus durch den Stier bewegt, finden vier Neumonde im gegenüberliegenden Polaritätszeichen Skorpion statt, die eine exakte Opposition zu Uranus im Stier bilden. Der erste Neumond, der hier eine Opposition zu Uranus im Stier gebildet hat, fand am 28.10.2019 auf 4,25 Grad Skorpion statt. Der zweite Neumond fand am 4.11.2021 auf 12,40 Grad Skorpion statt. Der dritte Neumond findet jetzt am 13.11.2023 auf 20,43 Skorpion statt. Und der vierte und letzte Neumond findet dann am 20.11.2025 auf 28 Grad 11 Skorpion statt. Und da wir nun schon, wie gesagt, die Halbzeit hier weit überschritten haben von diesem sehr wichtigen Transit, dürften wir jetzt rückblickend auch erkennen, wo wir hier sehr wichtige Erfahrungen gemacht haben, die uns gezeigt haben, welchen Werten wir wirklich treu bleiben müssen. Und wie gesagt, wie ich eingangs schon gesagt habe, bei welchen Werten wir eventuell gewisse Abstriche machen müssen und eben auch bereit sein müssen, Kompromisse zu schließen. Da es im Skorpion um gemeinsame und geteilte Ressourcen geht, sind Abhängigkeiten und Verstrickung ein großes Thema im Skorpion. Also ein Paar kann zum Beispiel eine gemeinsame Kasse haben und unter günstigen Voraussetzungen kommen beide gut damit klar, weil beide eben sehr ähnliche Vorstellungen davon haben, wie mit dem gemeinsamen Geld umzugehen ist. Aber in ungänzigen Fällen kann es eben immer wieder zu Streit kommen, weil beide sehr unterschiedliche Umgangsweisen mit Geld haben. Oder einer von beiden will vielleicht immer darüber bestimmen, wie man mit dem gemeinsamen Geld umgeht. Und der andere fügt sich dann, ist aber insgeheim genervt. Und wenn man sich in einer Situation befindet, in der man sich schon lange übervorteilt fühlt, könnte das Fass unter dem Einfluss dieser Zeitqualität nun durchaus überlaufen. Von daher fragt euch bitte, habt ihr das Gefühl, dass in den Bereichen, in denen ihr eure Ressourcen mit anderen teilt, alles weitestgehend glatt läuft? Natürlich kann es immer wieder auch in der besten Beziehung zu gewissen Reibereien oder Meinungsverschiedenheiten kommen. Aber ich spreche hier wirklich von extremen Fällen, in denen eben ein großes Ungleichgewicht vorhanden ist. Und in dem Fall geht es jetzt eben darum, mit dieser Opposition hier entweder eine wichtige Entscheidung zu treffen. Also entweder hat man vielleicht hier schon zigfach das Gespräch mit der betreffenden Person gesucht. Und es hat sich aber trotzdem nichts geändert. Oder aber man findet vielleicht zu einem Kompromiss jetzt. Also in dem genannten Beispiel könnte sich dann ein Paar darauf einigen, dass man ab jetzt getrennte Kassen hat. Oder man findet vielleicht einen anderen Kompromiss. Also dass beide bestimmte Gelder oder auch andere Ressourcen für sich behalten und andere Ressourcen wiederum beiden gemeinsam gehören. Also bei einem Paar in meinem Bekanntenkreis habe ich das jetzt in sehr positiver Form erlebt. Es gibt die beiden, sie ist Skorpion, er ist Jungfrau. Die beiden haben jahrelang zusammengelebt und da kam es eben immer wieder zu Problemen. Und dann haben sie sich darauf geeinigt, dass sie jetzt wieder getrennt leben. Aber trotzdem gibt es natürlich immer wieder Zeiten, in denen sie mehr bei ihm ist oder er mehr bei ihr ist. Und die haben das sehr gut hinbekommen und dahingehend eben einen sehr tollen Kompromiss gefunden. Pluto, der Herrscher vom Skorpion, befindet sich hier in den Endgraden vom Steinbock. Obwohl Pluto die exakten Quadrate zu den Mondknoten auf der Beziehungsachse wieder Waage bereits Ende Juli 2023 gebildet hat, befindet sich Pluto hier immer noch im Wirkungsfeld dieser Spannungsaspekte. Spannungsaspekte und speziell Spannungsaspekte von Pluto können einen starken Druck auf uns ausüben. Und unter dem Einfluss von Spannungsaspekten von Pluto ist es das absolute A und O, dass wir uns bewusst machen, worauf wir tatsächlich einen Einfluss haben und was sich unserer Kontrolle entzieht. Denn wenn wir uns unter dem Einfluss eines Spannungsaspekts von Pluto befinden, ist es oft so, dass wir versuchen, äußere Umstände unter Kontrolle zu bringen. Auf die wir realistisch betrachtet überhaupt keinen Einfluss haben. Also ein extremes Beispiel wäre hier jemand, der in eine Co-Abhängigkeit mit einem Drogensüchtigen geraten ist und der hier Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um diesen Menschen von seiner Drogensucht zu befreien. Wenn diese Person aber gar nicht von der Sucht loskommen will und wenn diese Person selbst keine Anstrengung unternimmt, sich aus ihrer Sucht zu befreien, dann ist man hier vollkommen machtlos. Und sich diese Machtlosigkeit einzugestehen, wäre in diesem extremen Beispiel zugegebenermaßen halt eine sehr wichtige Lernaufgabe für die Co-Abhängige Person. Ich spreche hier wohlbemerkt von Erwachsenenbeziehungen, also Beziehungen unter Erwachsenen. Wenn es sich hier um ein Kind handelt, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber das soll ja nur ein Beispiel sein. Und ich denke mal, viele von uns kennen das. Also ich kenne es sehr gut von mir. Ich bin ja Aszendenz-Skorpion und habe sowieso eine starke Skorpion-Besetzung. Dass ich mir dann den Kopf zermatere, wie man meinetwegen die Umwelt retten kann. Ja, aber ich muss mich dann immer wieder zusammenreißen und darauf besinnen, dass ich nun mal nur in meinem eigenen kleinen Kreis gewisse Dinge bewirken kann. Ja, und das ist halt ein Prozess. Das ist eine Lernaufgabe. Also das geht normalerweise nicht einfach nur dadurch, dass wir uns das sagen. Denn das ist, Pluto wirkt sehr tief aus dem Unbewussten. Und das ist eben ein starkes inneres Sicherheitsbedürfnis, dass wir dann halt auch versuchen, im Außen gewisse Dinge so hinzubiegen, wie wir sie eben gerne hätten. Aber da können wir uns eben total aufreiben und halt im schlimmsten Fall dadurch kaputt machen. Ja, und von daher fragt euch mal bitte anlässlich dieses Neumonds im Skorpion, und ob ihr eventuell sehr viel Zeit und Energie immer wieder darauf verwendet, um bestimmte Dinge im Außen unter Kontrolle zu bringen, auf die ihr realistisch betrachtet überhaupt keinen Einfluss habt. Liebe Leute, wie immer könnt ihr euch natürlich sehr gerne persönlich von mir beraten lassen. Ich führe Sitzungen über Skype, über Zoom oder auch telefonische Sitzungen durch und auch über andere Anbieter. Heutzutage gibt es ja viele Möglichkeiten, Videokonferenzen abzuhalten. Ich erstelle Aufnahmen zu Geburtshoroskopen, zu Partnerschaftshoroskopen, zu Kinderhoroskopen, zu eurer persönlichen Zeitqualität. Also eine Prognose. Auf Anfrage erstelle ich auch Aufnahmen zu sehr speziellen astrologischen Themen. die sich gerade auch für diejenigen von euch eignen, die sich selbst schon mit der Astrologie beschäftigen. Ich arbeite auch mit dem Tarot und mit der Numerologie. Geht gerne auf meine Website. Dort könnt ihr euch ausführlich über meine Arbeit informieren. Ihr könnt auch gerne auf meinem Blog vorbeischauen, auf dem ich einen ausführlichen Artikel zum Neumond im Skorpion gepostet habe. Ich werde diesen Artikel hier in der Infobox unterhalb des Videos verlinken. Diejenigen von euch, die in Zukunft automatisch benachrichtigt werden möchten, wenn ich einen neuen Artikel auf meinem Blog poste, können mir gerne ihre E-Mail-Adressen zuschicken. Dann nehme ich euch in meinen Vertreller auf. Wie immer freue ich mich auf selberes Spenden für meinen YouTube-Kanal und ich bedanke mich ganz herzlich bei allen von euch, die bereits gespendet haben. Bei allen bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Neumond im Skorpion. Bis bald. Tschau.